Wir haben gegen Darmstadt in fast jeder Liga schon mal ausprobiert, wie es so funktioniert. Du hast mich vorher noch mal daran erinnert an diesen 2 zu 1 Sieg zu Hause in Leipzig, damals zweite Liga. Fabio Coltorti in der Nachspielzeit mit seinem legendären Tor, einer der Momente, die man nie wieder vergisst. Und dann im Zusammenspiel, dann geht es rein in die Strafraum, Benny Hendricks durchgesteckt für Openda, der kriegt den Ball quergelegt. Tritt, hilfmals für eine Anfangsphase, noch keine, was war es jetzt, 45 Sekunden gespielt, da ist der Ball schon das erste Mal im Netz. Und das ist Luis Openda, der das Ding da eiskalt rein macht. Immer noch Paulsen, ja verzögert zu lange, hat immer noch den Ball am Fuß, Paulsen, oh da war es am Ende noch eine Riesenmöglichkeit. Ich glaube, er hat dann die Konzentration verloren, weil er mal kurz auf den Hosenboden saßt. Ne, Vosberg macht es, zwei Mal, da ist er drinnen, aber der ist flach durch die Mauer geschossen. Auf jeden Fall sammelt der Ball im Tor und dann sind es 24 Minuten, die hier gespielt wurden. Unsere Intensität hat gefehlt und ja, die machen es auch gut, die Darmstädter, die haben es gut gemacht, aber wir waren in vielen Situationen ein bisschen zu unzauber, ein paar Situationen nicht so gut herausgespielt, wie wir es haben wollen. Aber wie gesagt, am Ende drei Punkte, das zählt und wir wissen, dass wir es besser machen müssen bis zum nächsten Spiel. Tritt ihm da hinten in die Wade, ganz, ganz unglücklich im Laufen und so gibt es völlig berechtigt den Strafstoß für Darmstadt. Janis Blaswig steht auch bereit, Kempe läuft an und schießt ins Tor, ja, 1-2-Anschluss. Openda sichert den Abs, die Makar auch, legt ihn nochmal rum hinten, dann rein in die Mitte, Openda, dann ist der Ball drin, 3-1, aber die Fahne oben, ach schade, die Fahne oben, Openda sagt sofort, nein, 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 nein. Also das war kein Abseits, das Tor muss zählen, also ich weiß nicht. Ja, muss zählen. Tor. Ja, gibt's Tor, ja, 3-1, also, ja, Torjubel ein bisschen verzögert, 3-1, Openda. Zweites Tor, also, in diesem Spiel von Luis Openda. Ja, das war wirklich gut, weil ich weiß, dass das Team sehr stark ist, wenn alle hier sind. Selbst wenn wir ein oder zwei Spieler missen, aber wenn alle hier sind, wissen wir, dass wir mehr starker sind, wenn wir einige Spieler missen. Also, mit Daniel und Beny, die sind heute hier, bringen uns etwas mehr Energie, die wir brauchen. Ja, schönes Tor, ein wichtiges Tor, also, das war ein bisschen so das Endschlag, sozusagen. Und ja, wichtiger Sieg einfach, Arbeitssieg.